Raumschiffuhr. Ja, so nenne ich dieses Ding hier. Aber auch dieses Teil hier. Bleibt aber eine Frage. Braucht man diese Raumschiffuhren oder Smartwatches eigentlich, wenn man im Bergsport aktiv ist? Darum geht es heute. Alles wird ständig immer getrackt. Unsere Handys tracken den Standort, unser Arbeitgeber die Arbeitszeit, an der Kasse wird getrackt, wie lange wir als Kunden zum Bezahlen brauchen und unsere Arbeitsleistung wird sowieso exakt getrackt. Und jetzt holen wir uns auch noch so Alltagstracker ins Haus und sind eigentlich ganz froh darüber, wenn wir sowas haben. Zumindest scheint es so. Die Fitnessuhren sind irgendwie aus dem Leben der meisten Bergsportler nicht mehr wegzudenken. Aber das war nicht immer so. Ursprünglich wurden sie für Läufer und Triathleten entwickelt. Dann kam später mit diesen Mi-Fit Bändern die parallele Schiene auch als Lifestyle-Produkt mit Schrittzähler und Aktivitätsalarm. Das hatte mit einer vollwertigen Smartwatch aber letztlich noch nicht so viel zu tun. Die Sportuhren waren weder schick noch wirklich uhrentauglich. Die Fitnessarmbänder hatten wenig mit einer Uhr gemein. Doch irgendwann begannen dann die großen Spieler am Markt namens Garmin, Polar und zu Untu neue Wege zu gehen und zu kombinieren. Dabei raus kamen dann Uhren im Uhrendesign, aber ebenso halt mit diesen Fitnessideen. So entstand beispielsweise eine Forerunner 235 von Garmin, die ein paar Sportfunktionen hatte und auch das Uhrenformat letztlich einhielt. Aber irgendwann entwickelte sich die Technik immer weiter. Pulsmessen und GPS-Tracken war irgendwann nicht mehr die einzige Funktion dieser Teile. Immer mehr ging der Trend in Richtung Multisport. Kanufahren, Laufen, Gewicht heben und natürlich Wandern. Die Wanderuhren haben sich in die Bergsportgeschäfte gepflanzt und sind seither nicht mehr wegzudenken. Aber sind sie eigentlich dort hingekommen, weil wir wirklich sie brauchen oder nur, weil wir einfach was Neues kaufen sollen? Vor vielen Jahren haben sich erste Gesundheitsratgeber mit der Frage nach dem gesundheitlichen Einfluss durchs Wandern beschäftigt und sind zu dem Ergebnis gekommen, Bergsport ist gesund. Gleichzeitig entwickelte sich damit aber auch eine neue Wissenschaft. Wie viel Bergsport ist eigentlich gesund? Was genau soll ich machen? Wie schnell soll ich gehen? Es wurden also Fragen gestellt, die vorher vom Hausvorstand beantwortet wurden und jetzt sah aber ein neuer Markt neues Potenzial, unter anderem für Ratgeber. Heute beantworten 1000 Bücher, 10.000 Blogs und 100.000 YouTube-Videos die Frage, wie schnell man gehen soll und wie viele Höhenmeter ein gutes Workout sind. Aber wie genau soll man sich denn daran halten, wenn man nicht weiß, wie schnell man ist? Wenn man nicht weiß, wie hoch der Puls ist? Wenn man nicht weiß, wie man oder wann man in die Überanstrengung fällt? Wenn man nicht weiß, wie viele Höhenmeter man zurückgelegt hat? Da gab es dann eine einfache Antwort. Nimm dir doch eine Fitnessuhr. Erst gab es für die Smartphones dieser Welt noch Apps wie Runtastic, aber die sind mittlerweile berechtigterweise schon deutlich irrelevanter als in ihrer Startzeit. Denn die Smartwatches haben irgendwann gezeigt, sie sind wie Runtastic, nur besser. Doch damit wurde ein Problem geschaffen, wozuvor eigentlich nie eines war. Der Bergsport ist heute nicht gesünder als vor 30 Jahren. Aber heute erzählt man uns, dass wir diese Fitnessuhren und das Tracking brauchen, um auch zu sehen, wie gesund der Bergsport eigentlich ist. Ähm, ja. Ups. Also, wir müssen eine wichtige Sache unterscheiden. Training und Bergsteigen. Natürlich kann man das auch kombinieren und viele wilde Wanderer nennen ihr Tun dann gerne Speedhiking. Aber wenn man das trennt, tut man sich erst mal leichter. Fürs Bergsteigen und alle Dinge, die man einfach gern mal in der Freizeit oder im Urlaub macht, lohnt sich so eine Uhr nicht. Denn es lohnt sich viel mehr, wieder aufs eigene Körpergefühl zu hören. Wie fühle ich mich heute? Bin ich müde als sonst? Habe ich Muskelkater? Und so weiter. Damit lässt sich seit Zehntausenden von Jahren ganz gut sagen, ob man fit ist oder nicht. Das sollten wir vielleicht nicht verlernen. Einen großen Anwendungsfall gibt es für diese Raumschiffe, aber dann letztlich doch. Das Training. Denn Training ist ja etwas anders angelegt als das Bergsteigen im leidenschaftlichen Sinne. Beim Training versucht man ja im Idealfall Bedingungen herzustellen, die zu einer Leistungsverbesserung führen. Wofür man die Leistungsverbesserung braucht oder haben will, ist ja eigentlich egal. Aber damit man weiß, welche Bedingungen denn vorherrschen, braucht man eine Übersicht und Messinstrumente. Uhr, Timer, Pulsmesser. Und bevor wir uns jetzt damit im Detail auseinandersetzen, möchte ich eben nochmal unterstreichen. Wenn ihr einfach so nur gern in die Berge geht, legt euch keine Smartwatch zu. Sie verbessert die Sicherheit nicht. Sie verbessert den Komfort nicht, die Leistung nicht. Sie bringt nichts, wenn man einfach nur eine gemütliche Bergtour macht. Nichts. Im Gegenteil, sie sorgt sogar für mehr Stress. Wenn man höheren Puls hat als sonst, dann fragt man sich vielleicht, wieso jetzt? Wenn man 20 Minuten länger braucht als letztes Mal, wird man ebenfalls nur verunsichert. Das alles trägt nichts zur Qualität des Erlebnisses per se bei. Und jetzt zu den Uhren. Mittlerweile haben diese Dinger ja 1000 Funktionen. Hier zum Beispiel ja die Fenix 6X Pro hat quasi jede Sportart, hat einen Barometer, einen Pulssensor und sogar eine SpO2-Messung. Aber kann auch tausend andere Dinge. Die hier kann nur drei Sportarten. Laufen, Radfahren, sonstiges. Kann aber auch Puls messen. Jetzt sagen viele von euch vielleicht, boah, wenn ihr die Uhr hat, dann muss die ja recht gut sein. Und ich kann zu 100% ehrlich behaupten, ich habe die nur wegen der Akkulaufzeit. Denn diese Fenix hat halt einen Expeditionsmodus, so heißt das Ding, wodurch nur ganz selten eine Positionsbestimmung abgespeichert wird. Und das war's. Das lässt den Akku letztlich wochenlang arbeiten. Und das kann ich selten, aber doch halb sehr gut brauchen. Aber auch andere Long Battery Life Modi. Sonst sind die Features dieser Uhr für mich ja eher zweitrangig. Und deshalb mache ich auch kein Review oder sonst irgendein Video zu dieser Uhr. Ich bin nämlich folgender Meinung. Jeder, der so eine Uhr unbedingt braucht, kennt sie schon und hat sich mit ihr sowieso schon mal beschäftigt. Wer so eine Uhr nicht unbedingt braucht, sollte das Geld aber auch wirklich in irgendwas anderes stecken. Bildung, einen Töpferkurs, Weihnachtsgeschenke, ein Zelt von Alibaba. Und das möchte ich euch jetzt auch beweisen, dass das alles besser ist. Die Pulsmessung von Uhren ist mittlerweile schon deutlich besser geworden als früher. Aber besser heißt nicht gut. Und das ist vor allem vom Anwender abhängig. Heute verwenden die meisten Uhren die gleichen Sensoren. Trotzdem sind die Ergebnisse bei den Menschen unterschiedlich. Denn es gibt den optimalen Menschen für eine Pulsmessung mit einer Smartwatch. Eine weiße, schlanke Frau mit eng anliegender Uhr bei Zimmertemperatur. Da sind die Messergebnisse vermutlich nicht nur gut, sondern perfekt und korrekt. Es gibt auch den unoptimalsten Menschen quasi für eine Pulsmessung mit einer Smartwatch. Ein dunkelhäutiger, stark behaarter Mann mit lockerer Uhr auf einem tätowierten Handgelenk draußen im Winter. Bei diesem Beispiel kann man den Puls nämlich auch einfach würfeln. Warum? Weil die Pulsmessung über Licht eben nicht so einheitlich funktioniert, wie die Pulsmessung mit der Hand oder einem entsprechenden Messgerät. Alles, was in der Optik quasi im Weg ist, kann die Ergebnisse verfälschen. Haare, Tattoos, Feuchtigkeit und vieles mehr. Der Unterschied zur Realität liegt dann nicht bei ein, zwei Schlägen, sondern bei zehn oder zwanzig. Heißt in der Praxis, die Ergebnisse eurer Uhr können passen, müssen aber nicht. Und werdet ihr es je erfahren? Nein. Außer ihr macht den Vergleich mit einem Belastungs-EKG. Aber wer macht sich schon den Aufwand, seine Uhr beim Sportmediziner austesten zu lassen. Und damit kommen wir auch zur Sauerstoffsättigung. Die Sauerstoffsättigung im Blut, die wollen manche High-End-Uhren heute auch schon messen können. Mit einem ähnlichen Prinzip wie beim Puls. Funktioniert das? Naja, nein. Denn wie gut die Reflexion des Infraroslicht funktioniert, hängt ebenfalls wieder von vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt der Tatsache, dass das Handgelenk keine geniale Stelle für so eine Messung ist. Die Fingerkuppe beispielsweise ist hier viel einheitlicher in den Ergebnissen und zuverlässiger, auch was die Durchblutung betrifft. Smartwatches schaffen hier nach einigen Studien Abweichungen von bis zu 10%. In höheren Höhen und unter schwereren Bedingungen sogar 30%. Nun sollte man für die Sauerstoffsättigung wissen, dass 30% Unterschied nicht ein bisschen was ist, sondern der Unterschied zwischen gesund und fast tot sein kann. Über 95% ist quasi der Zielwert für einen gesunden Menschen. Hat man 97% ist man gesund. Bei 10% Abweichung könnte die Uhr aber auch 87% sagen. Dann sollte man eigentlich an einem Krankenhaus. Wenn der Wert denn stimmen würde. Aber woher weiß man das? Kaum jemand hat so ein Teil, ein Pulsoximeter, einfach mal zu Hause herumliegen. Also ich hab gesagt kaum. Nicht keiner. Das heißt, was bringt mir dieser Messwert? Wozu zahle ich dieses Feature? Und viele werden jetzt sagen, naja, wenn man alles richtig macht, dann funktionieren die Uhren ja auch ganz brauchbar. Und das ist ein fairer Punkt. Diese Uhren können sehr gut funktionieren. Aber das kann eben niemand garantieren. Jedoch will man sich natürlich auf Messwerte auch verlassen. Weil wozu messe ich denn, wenn die Zahlen gewürfelt sind? Aus demselben Grund habe ich auch Gradzahlen am Backrohr stehen und nicht Gefühlslagen. Kommen wir also zum Fazit. Ich kann keine Uhr mehr oder weniger empfehlen. Denn das, was sie können sollen, Position abnehmen, Aktivitäten tracken. Das können heute alle Uhren. Puls messen, Sauerstoffsättigung messen, Schlafqualität messen. Das können nicht alle. Nur wirklich teure Uhren haben diese Features. Aber selbst die können das eigentlich nicht so wirklich gut. Sie sagen halt, dass sie es können. Aber es ist dann doch eher Zufall, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Puls messe ich über einen Brustgurt. Die Sauerstoffsättigung über einen Pulsoximeter. Wer das alles aber nicht hat oder haben will, braucht vielleicht eine teure Uhr. Wer nur Positionsbestimmungen braucht, für den tut es auch eine sehr günstige. Insofern kann ich euch keine Uhr empfehlen. Denn es kommt im Prinzip einfach nur darauf an, was man wirklich will und braucht. Ich hoffe, dieses Video war für euch heute aufschlussreich oder zumindest, naja, hat es euch den ein oder anderen Denkanstoß für eure Kaufentscheidungen gegeben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.